Sie sind ein spiritueller Mensch. Ja, es ist schön, dass Sie sagen spirituell und nicht erotisch. Ich, äh, erotisch, äh, esoterisch, auch ein schöner Versprecher. Ähm, ja, äh, ist wirklich komisch. Sagt man, was hat denn die alte Frau noch im Kopf? Also, das Leben ist einfach spirituell. Und wenn du so alt geworden bist wie ich, dann versuchst du hinter die Dinge zu schauen. Du versuchst immer bei allem, was dir begegnet, ob das Schmerz ist oder Freude oder so, zu sagen, warum begegnet mir das? Was sagt mir das im Moment?